Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wie jede Woche gehen wir bei den Pokémon News einmal durch, was der Welt von Pokémon so Neues passiert. Events und den ganzen Kram. Wir starten wie jede Woche auch heute mit Pokémon Go. Und da wurde gerade kurz vor der Aufnahme ein neues, ein neuer großer Event-Zeitraum angekündigt. Nämlich die zeitlose Reise. Und wie man das Bild schon so aus dem Bild ein bisschen erkennen kann, wird das Ganze so ein bisschen Legenden-Arceo-Style-mäßig. Wir haben einseit die Hisui-Pokémon, es wird sich viel um Hisui drehen. Und ja, da gibt es ja einige Sachen, die auf jeden Fall im nächsten Zeitraum, also in den nächsten Wochen kommen. Das Ganze startet in 23 Stunden, das heißt also am 29.11. geht das Ganze los. Wir gehen das Ganze, wie gesagt, einmal so ein bisschen durch. Pokémon aus Zeit und Raum, das heißt es werden einige Pokémon aus der Hisui-Region kommen. Da haben wir sehr viele Hisui-Formen zum Beispiel. Aber halt auch zum Beispiel einige neue Pokémon. Und dann wird es wieder das Teamplay geben, die Routen, Pokéstop, Showcase. Man kennt das Ganze, wird einige Highlights auf jeden Fall geben, die wir währenddessen bekommen. Wie zum Beispiel der Community Day, diese Zusammenfassung, die kommt am 16. und 17. Dezember. Da wird es dann wahrscheinlich nächste Woche in den News nochmal ein bisschen genauere Infos drüber geben, weil es ist halt, wie gesagt, eine Zusammenfassung von allen Community Days. Also ein relativ großes Event. Dann wird es auf jeden Fall einen Raid-Tag mit Hisui-Admurai geben. Das Ganze findet am Sonntag, dem, wo haben wir es, 7. statt. Da wird es auf jeden Fall Raid-Kämpfe gegen Admurai geben. Eigentlich am 7. So, am 3. wird das Ganze nämlich einen Raid-Tag mit Hisui-Admurai geben, der auf jeden Fall dazu kommt. Also da kommt hier dann der Raid-Tag, wo man halt gegen ein 3-Sterne-Hisui-Admurai kämpfen kann. Und wir sehen, dass auf jeden Fall die ersten Raid-Bosse, die wir bekommen, einmal Rechiram sein wird, vom 1. Dezember bis zum 9. Dezember. Und Mega-Sherox vom 1. Dezember bis zum 9. Dezember. Das werden auf jeden Fall auch die ersten beiden Raids sein, die direkt zu Beginn des Events starten werden. Und auf Pokémon-Kampf-Liga wird es einige Sachen geben. Da haben wir Rotationen in Jahreszeiten. Man wird Pokémon in den Forschungsdurchbruchen, wird man diese hier bekommen können. Also unter anderem ist Lapras, Galafsmogmog, Galapantimos, Koiwaf, Viscora und... Ist der... Lol... Jungmo-O, das ist doch... Nicht Jungmo-O, Gott. Der Name ist auf jeden Fall nicht richtig. Schreibt mal den richtigen Namen in die Kommentare. Gott, okay. Ich war immer ein bisschen überrascht. Ja, wilde Pokémon tauchen auf jeden Fall auch auf. Also sieht man zum Beispiel, dass halt in den Städteregionen diese Pokémon unter anderem auftauchen. Halt noch weitere Pokémon in den Wäldern. Diese hier. Dann haben wir noch ein bisschen was zum Gebirge. Strände und Gewässer. Dann auf der Nordhalbkugel. Und dann auch noch auf der Südhalbkugel. Also auch einige coole Spawns. Auch aus Pokémon aus den Eiern zum Beispiel gibt es hier einige neue Sachen, die hier mit reinkommen. Genau, sieben Kilometer Eier, zehn Kilometer Eier. Und dann haben wir noch die Abenteuersink-Belohnung, fünf Kilometer Eier und die zehn Kilometer Belohnung. Also auch da wird es... Ich verlinke euch die Seite nochmal, dass ihr euch auch nochmal in Ruhe nochmal anschauen könnt. Einige Boni haben wir in diesen Jahreszeiten auf jeden Fall auch noch mit da. Und ja, das ist auf jeden Fall schon einiges, was auf jeden Fall bei Pokémon Go mit dazukommt, muss man sagen. Also ich bin mal gespannt, ob am Ende der Jahreszeiten auch so Pokémon kommen wie Archeos selber oder Ur-Dialge, Ur-Palkia, weil die würden ja auf jeden Fall in dieses ganze Thema mit Legenden Archeos und Hisui mit reinfallen. Also ich meine, das Event wird ja relativ lange gehen. Das ist ja wieder so ein Event, was über mehrere Monate geht. Dass da auf jeden Fall einiges, ich sag mal, dazukommt. Jetzt noch weiter, haben wir ja auch einen Punkt gehabt, dass hier steht, zu Beginn jeden Monats in der Jahreszeit zeitlose Reisen könnt ihr ein Ticket erwerben für den Boni und befristete Forschung bekommt. Während Pokémon Go zeitlose Reisen begegnet ihr Pokémon aus der Hisui-Region und könnt ihr einen Vorrat an Items und wie Brutmaschinen zulegen. Also wird es auch Anfang jeden Monats immer wieder was geben. Und ihr seht, das Ganze wird bis Februar auf jeden Fall erstmal gehen. Also hier ist schon, ich find's nice. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Event findet. Ich finde, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Wir haben nochmal ein kleines, das ist ein Mini-Trailer. Den können wir auch nochmal ganz kurz angucken. Das sieht man hier zum Beispiel auch nochmal, das ist was für Hisui-Pokémon, Admorai. Genau, da waren auch dann vorher noch Silvaro und halt in dem Fall auch Tonubto dabei, genau. Also da haben wir einige coole Spawns, wie gesagt, die halt während des Zeitraums hier drin sind. Ich spule das Ganze mal durch, weil sonst ist er mal Copyclaim, weil ihr kennt das bei Pokémon, die sind ja mal so ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen, ja, wie ist das, was ich meine, Trailer einfach ablaufen lassen, sind die nicht so ganz begeistert. Das sind auf jeden Fall einige coole Sachen. Wir sehen auch hier zum Beispiel auch in Ho-Oh, ich fliege in Krypto-Ho-Oh, sehen wir hier auch zum Beispiel. Dam-Tü haben wir hier zum Beispiel gesehen. Das sieht auf jeden Fall alles hier nach, ja, Legenden nach Kiosk, das muss man wirklich sagen. Mal gespannt. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant und hier sehen wir doch auch am Ende doch schon, wir haben es doch, lol, wir haben es doch eigentlich gerade schon gesehen, oder? Guck mal, da sieht man es doch schon, dass in der Pokémon-Go-Tour Dialga kommt und Palkia kommt. Das sehen wir doch schon jetzt gerade mit Pokémon-Go-Tour. Kommt noch was am Ende? Ne. Aber inwiefern hat man damit auch schon gerade mal gespoilert, was ich doch gerade eben schon gesagt hatte, dass wir sehr, sehr wahrscheinlich dann Ur-Dialga und Ur-Palkia bekommen werden, weil das wird auf jeden Fall passen. So. Vor das Video dann zu lang mit Pokémon-Go wird, würde ich sagen, gehen wir nochmal ganz kurz zu Pokémon Unite schnell. Da kommt am 7. Dezember Maskargato als Kämpfer mit dazu und die 19. Season geht noch eine Woche. Also wenn ihr euch dann noch ein paar Sachen aus der 19. Season holen wollt, tut es auf jeden Fall jetzt diese Woche noch, weil ihr noch eine Woche, wie gesagt, die 19. Season habt. Dann werden wir nächste Woche wahrscheinlich in den News über die 20. Season sprechen, die dann auf jeden Fall auch noch startet. Mal gespannt, was da dann so passiert. Ja, Pokémon Masters können wir auch noch schnell machen, dass wir hier Evoli-Events haben. Ja, da gibt es relativ viele Evoli-Events, viele Kämpfer kommen. Dann haben wir hier auch noch dazu gehabt, dass ein neuer Neo-Champion ist jetzt da. Also hier ist der Neo-Champion, der jetzt auf jeden Fall auch mit am Start ist. Mit Maxax, wenn ich es richtig gesehen hatte, ja. Unova-Circle als neuer Feldeffekt. Okay, auch sehr interessant. Wie gesagt, hier das Evoli-Event, also das Evoli-Event mit den ganzen Evoli-Kämpfern und auch den Entwicklungen. Also auch da, wenn Pokémon Masters mal zocken will auf dem Handy, ist auf jeden Fall alles gerade im Zeichen von Evoli. So, dann kommen wir zu guter Letzt zu Pokémon Karmusin und Purpur. Da haben wir noch Atmurai jetzt am Wochenende in den Raids. Ich hatte hier schon zwei Solo-Taktiken hochgeladen, also einmal mit Mirai und einmal mit Maskagato. Ich denke mal, es wird am Wochenende nochmal eine weitere Variante geben, falls jemand nochmal irgendwie den Blatt machen möchte mit einem weiteren Pokémon. Wird es auch nochmal was geben, falls ihr Lust drauf habt. Wie gesagt, auch eine One-Shot-Taktik, wer das Ganze halt im Team farmen möchte, also gerade um halt wirklich den zu farmen, weil der lohnt sich auf jeden Fall, gerade für Proteine und den ganzen Kram, den sie mitzunehmen, ist auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Und wie er Bock hatte, ich hatte ein Video hochgeladen, dass es gewisse Leute schon anspielen durften, das zweite DLC von Pokémon und Kammersin und Purpur. Und es wird keine Story-Spoiler in diesem Video geben, bei Angespielt. Es geht ja eher um die Schwierigkeit, Performance, so ein bisschen zu der Welt, aber nicht zu dem Story-Inhalt. Das heißt, es ist jetzt kein Story-Spoiler, sondern wirklich nur, wie sie spielt, wie die Welt aufgebaut ist, was die ersten Erfahrungen so gesagt haben. Das alles ist in diesem Video mit drin, was halt da wiedergegeben worden ist. Wenn ihr Bock habt, ein bisschen was zum DLC euch anzugucken, auf jeden Fall mal angespielt hier reinschauen. Wie gesagt, und sonst haben wir die ganzen Taktiken für Atmora. Ja, der nächste Titan müsste, oder das nächste Event müsste nächste Woche angekündigt werden. Nächste Woche Sonntag auf Montag. Wenn wir mal reingucken, bis zum DLC haben wir noch zwei, nee, ein Wochenende dann, weil dieses Wochenende ist jetzt ja Atmora da, vom ersten bis zum dritten. Es heißt vom achten, sie könnte im Prinzip noch was bringen, könnte aber auch sein, dass sie was anderes bringen. Also keinen richtigen Titan als Starter, sondern vielleicht ein richtiges Event. Wir erinnern uns, wir hatten Mewtwo vor dem Event von, vor dem Release vom ersten DLC. Also es könnte auch sein, dass wir vielleicht nochmal ein Leggy bekommen, vielleicht vor dem zweiten DLC. Oder sie bringen zum Beispiel Paradox Raikou und Paradox Terrakium einfach als Vorevent, so gesehen, um die sich zuzulegen, falls sie ingame nicht fangbar sein sollten. Muss ja nicht unbedingt sein. Nur weil wir wissen, dass die zum DLC kommen, könnten sie auch jetzt bis zum DLC kommen, so als Einleitungsevent. Deswegen müssen wir abwarten. Nächste Woche könnte sehr, sehr interessant werden. Wie gesagt, es wird dann nächste Woche die News am Montag geben. Das heißt also, am vierten direkt, wenn es die News gibt, schaut da gerne mal rein. Dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts, was in der Welt von Pokémon so passiert. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao.